Okra – das unbekannte Power-Gemüse Kennst Du Okra? Ein Gemüse, das weltweit stark verbreitet ist, aber in Deutschland noch eher eine unbekannte ist. Schade eigentlich, denn Okras sind gesund, schmackhaft und können viel für Deine Gesundheit tun. Okras sind sehr reich an Ballaststoffen, aber sehr fettarm. Weiterhin sind sie reich an Vitamin C sowie Vitaminen aus der B-Gruppe und obendrein enthalten sie noch nennenswerte Mengen an Eisen, Folsäure und Kalzium. Okras können rohem Salat gegessen werden, aber auch gekocht werden, wo sie allerdings eine Art Schleim absondern, der nicht jedermanns Sache ist, der aber umgangen werden kann, indem die Schoten in kochendem Wasser mit einem Schuss Zitrone oder Essig blanchiert werden. Dann abschrecken und das Kochwasser einfach entsorgen. Sie können auch zu Suppen oder Curries hinzugefügt werden. Aber wir zeigen noch eine andere Zubereitungsart auf, die die gesundheitlichen Vorteile gebündelt für Deinen Körper bereitstellt. Hierfür brauchst Du lediglich die Okras über Nacht einweichen lassen und morgens den Saft am besten auf nüchternen Magen trinken. Und wie geht das genau? Zutaten Dabei den zarten Pflaumen etwas entfernen und putzen. Hierfür einfach den harten Stielansatz und die Spitze entfernen. Dann die Okras in das Glas Wasser geben und über Nacht einziehen lassen. Du kannst die Okras auch in Scheiben schneiden, damit die enthaltenen Nährstoffe noch besser abgegeben werden können. Dann morgens die Okras aus dem Wasser entfernen und das Wasser trinken. Das war's. Aber was kann dieses Getränk in Deinem Körper bewirken? Okras für eine gesunde Darmfunktion Der hohe Anteil an Ballaststoffen macht Okras perfekt für eine gesunde Verdauung. Sie fördern eine gesunde Darmtätigkeit, besonders geeignet, wenn Du unter Verstopfung leidest. Die probiotischen Eigenschaften erleichtern die Verarbeitung guter Bakterien im Darm. Obendrein helfen sie dabei, den Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht zu halten. Durch den hohen Ballaststoffanteil vermitteln sie ein gutes Sättigungsgefühl. Du fühlst Dich länger gesättigt, was auch gut vor Heißhungerattacken schützt. Okra schützt das Immunsystem Die enthaltenen Antioxidantien und das Vitamin C stärken das Immunsystem. Durch das Vitamin C wird die Bildung weißer Blutkörperchen forciert, die uns vor gefährlichen Krankheitserregern schützen. Durch die antiseptischen und antibakteriellen Eigenschaften eignet sich dieses Getränk auch bestens, um Husten und Halsschmerzen entgegenzuwirken. Selbst bei Asthma kann dieses Gemüse dazu beitragen, die Symptome zu lindern. Okra gegen Diabetes In diversen indischen Studien wurde aufgezeigt, dass Okra-Wasser die Behandlung von Diabetes Typ 2 positiv beeinflussen kann. Bei einer dieser Studien wurden Betroffenen in einer Gruppe das Okra-Wasser verabreicht, während einer anderen Gruppe mit Formin, ein Diabetes-Medikament, verabreicht wurde. Herausgestellt hat sich, dass bei beiden Gruppen der Blutzuckerspiegel im ähnlichen Verhältnis verbessert wurde, wobei das Okra-Wasser eindeutig die gesündere Variante darstellt. Okra in der Schwangerschaft Okra ist ebenfalls reich an Folsäure, die für eine gute Entwicklung des Ungeborenen sehr wichtig ist. Gerade in der Anfangsphase der Schwangerschaft kann sie dabei helfen, Komplikationen für die Geburt, aber auch Fehlentwicklungen vorzubeugen. Okra für eine gesunde Haut Das enthaltene Vitamin A und auch die Antioxidantien unterstützen ein gesundes Hautbild, denn sie reinigen das Blut und fördern eine gute Durchblutung der Haut. Daraus resultiert eine strahlende, gesunde Haut. Das Vitamin A ist aber auch sehr hilfreich, um Falten, Akne, aber auch Narben zu reduzieren. Okra kann dich auch beflügeln und gibt dir einen frischen Kick, der auch ideal für Sportler ist, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Weiterhin stärkt die enthaltene Folsäure deine Knochen und kann auch einer Osteoporose entgegenwirken. Okras sind ganzjährig in gut sortierten Supermärkten und gerade in mediterranen Gemüsegeschäften zu bekommen. Wir hoffen, wir konnten dich etwas neugierig auf diese leider noch etwas unbekannte Gemüsesorte machen. So viele gesundheitliche Vorteile solltest du dir nicht entgehen lassen, nur weil du vielleicht diese Gemüsesorte noch nicht kennst. Probiere es aus, du wirst überrascht sein. Bitte bleibt gesund!